Hallihallo hallöchen liebe Zuschauer hier ist mal wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ja da haben wir gleich schon mein Tischchen den Krampel hier muss ich auch noch wieder justieren war vorhin noch in Aschern gewesen aber naja leider nicht wirklich lang die meisten Ordler kennen das Problem es läuft einfach scheiße können wir hier was gucken das ist richtig ja was hat sich zum letzten mal verändert ja mal wieder neues Mock mal wieder das ändert sich irgendwie jedes mal neues BG neues Mock so sieht das aus ausblenden hier den Shack brauche ich nicht was haben wir hier alles genau was hat sich hier geändert ja ich spiele mal wieder mit mächtigen Siegel ich habe hier das geheilte Schild wieder drin natürlich habe ich dafür geweihter Zord noch dabei ja ich spiele nicht mit göttlicher Bestimmung Popelsteine hat auch einen ganz einfachen Grund habe ich an Glyphen was genannt ja Doppelbestrafung habe ich drin als Glyphen hat ganz einfachen Grund ich habe hier ich habe hier meine aus ich habe hier den Vierer Set Boni und ich habe die Items soweit auf Haste ausgelegt und ja wie ihr seht habe ich gepufft 25,5 Prozent und ich habe nachher mit dem mit dem Haste Buff bin ich bei 50,6 Prozent Tempowerte das ist ein sehr schöner Wert und da generiert man genug heile gemacht so dass man göttliche Bestimmung definitiv nicht mehr braucht es ist auch ganz lustig wenn man so fast alle zwei Sekunden ein Hämmerchen schmeißen kann ist total lustig ja das müsste das Ding nur 40 Meter haben hat 30 Meter ja da ist er ja müsste 40 Meter haben dann wäre das extrem cool ja im Tempel von Kotmogo sind wir im Übrigen ich hasse dieses BG aber das habe ich hier glaube ich jedes mal das neue wie gesagt was haben wir hier als Gegner ja sieht ganz gut aus meine Krankheit da ist immer noch nicht so ganz auskuriert irgendwie habe ich nur noch einen Kratzen im Hals Hustenanfälle die Nase läuft mal vor allem morgens oder abends das ist schon teilweise grauenhaft so mal gucken was das hier wird es kann natürlich passieren dass es ein bisschen hektisch für mich wird aber das kennt ihr glaube ich noch von letztem letzten Mal wo ich mit Ding unterwegs war wie heißt es okay hier ist irgendwo ein Schurke komm dann stun mal dich wanger da ist doch der Schurke komm komm ja ähm das kann natürlich sein dass ich hier ein paar Probleme bekomme mit dem Kommentieren weil ich halt der Evasion an der Evasion an weil ich halt hier jetzt entsprechend den Stun muss Siegel wechseln muss und so weiter und das ist dann doch immer noch ein bisschen ja schwierig für mich das nebenbei mich dann zu konzentrieren ich will ja nicht verrecken dann ist er halt weg der ist da der kriegt die Stun der kriegt dies der kriegt die Stun und das ist dann doch genau first blood oh das ist toll Hammer, Hammer, Hammer Nochmal ein Hammer Hammer Da kommt die Bubble Und immer wieder der Hammer Nochmal Hammer, Filler Hammer, Filler Hammer, Filler Hammer Hammer Gut, ja, jetzt DevCD sind alles angehabt Ich habe aber jetzt gerade nicht so ideal gespielt Aber es ging ja einfach mal ums Zeigen Also ich kann ihn so oft schmeißen Selbst außerhalb der Burst war es 3,9 Sekunden Schau mal, können wir dich retten? Ja, können wir Können wir auch retten Es ist also schon extrem cool Das ist ein totes Bäumchen, habe ich gehört Ja, ich vergesse immer wieder Den Schild anzumachen Also geheiligtes Schild Ich vergesse das immer wieder Keine Ahnung, ich kann es irgendwie Irgendwie kriege ich es nicht hin Warum auch immer 3,2,1 Ach, komm her Reckling Du musst gar nicht abhauen Das habe ich nicht eh Du legst das Stun hinterher Abhauen kann er nicht Kloak ist nicht bereit Nö, fick ist es mal, Freund Zack Und schon hat er verloren Kommt er jetzt hier runter oder nicht? Ich laufe hier übrigens jetzt mit 160% Ne, das wird nix, dann muss ich abhauen Das wird nix Spinnt wohl Ja, klar Geil Das nenne ich mal ein Leck Oh, nö, nö, nö Da babbeln wir mal Wo läuft denn der hin? Ne, das wird zu viel Boah, natürlich Das war's, okay Ey, das war jetzt lächerlich Also, durch Ja, ja gut Leck Ne, das kann mich durch die Wand silenzen Und dann nochmal irgendwie da die Leckerei von nem Schurken Tröpfchen und Schaden Vor allem waren die Kalein Hab ich gar nicht gesehen Gut, kann ich auch Übersehen haben Ach, halt Schild Das ist noch sortiert So So Wie sieht's da drüben aus? Was ist denn da? Eine Marge Wo muss man den Mage hier? Oh, hast du den Line Hier wollen wir schön die Buffs holen Das Du machst das nicht lang Weil das gibt's nämlich den Stun Block, 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 Block Und wenn's dann Da kommt der Block Dann hauen wir das Pad um Und jetzt stirbt er Und Zapp Ich dachte, dass wir richtig gesehen Dass da der Shadow ist Schildtüder anmachen Okay, mit der Kalein Das wird das jetzt zu viel was werden Okay, Kastlin Line Killing Spree Da geht er da Komm her Warte mal nicht mehr ein bisschen hoch Na, hier geblieben Schurke, das ist eine schlechte Idee Das ist eine sehr schlechte Idee Das ist so schön wenn der Hammer so oft verfügbar ist Das ist so lustig Du bleibst hier Na komm raus Oh, natürlich gleich mal Silots reingedrückt Hallo Meiner Ja, ich doch Mit Ansage Mit Ansage Oh, da ist Ink Ja, kann man ein bisschen was ziehen Erstmal Stunnen mit denen Da ist die Bubble Oh ey, diese dumme Sprintreihe bei Schur Na komm, sterb endlich Stand next Germany's next Top Tja, war wohl nix draus Bestimmt bei RTL gewesen Wie viel silenced Und wieder der Hammer Und da Wie geil Zweite D-Turrents Geil Zack Wo ist der Da ist er Ja, gut, ist geil Geil Aber gut, mit dem Totschen hat er ja Ist er nicht mehr am Target Dann sieht das nämlich Ja, da kann man so einen Chaos Bolt zum Beispiel ausweichen Ja Massacre Nein, jetzt geht er weg Ich hab doch CDs auf Ah, geil, wie wahnsinnig Den kann ich nicht retten, den Google-Trigger Dann nehmen wir den da Ich liebe es Das gefällt mir jetzt wieder Ja Wer are the enemies Hörst du wohl auf, mich anzugreifen? Ja, da muss ich mal babbeln Ja, da muss ich mal babbeln Ah, cool doch Ah, wenn jetzt dann Heile, heile Gänze Scheiße Jetzt könnte es gefährlich werden Wer auch immer mich da heilt Vielen ärztlichen Dank Also nicht ärztlichen, sondern herzlichen Hat er den Pally geheilt Äh, gerätzt Genau, er töte den Shadow Oh yeah, wow, jetzt schon 19, kriegen wir die 20 noch vollbestimmt. Da ist sie, 20, wuhu. Ach du Scheiß, was hat der gefressen? Oh. Massacre. Mega-Kill. Ab, woran sind der jetzt verreckt? Geil. Okay, einmal sind wir verreckt. 21, scheiß nicht schlicht. Boah, wir haben mit dem Hexler Parry gehalten. Oh, 2,8 Millilie geheilt. Nicht schlecht. Ja, also das war ordentlich. Und, äh, ja. Ich hab's ja gemerkt, es ist extrem geil, die Hemmer zu schmeißen. Diese 110k Schaden oder so, das war ein Kugelträger, ne, darf man nicht vergessen. Ähm, ja, das, äh, wie gesagt, hier, wenn man guckt. Also hier haben wir das, 71, hier haben wir hier 11k, das, wie gesagt, war ja ein Kugelträger. Aber, ja, 40k kommt teilweise. Na, nicht unbedingt, doch am Kugelträger wahrscheinlich wieder. Also kann man definitiv nix dagegen sagen, ihr merkt. Das merkt man halt schon, dass hier, dass man da, äh, also Self-Buff komme ich auf 43,3% oder so. Das ist extrem viel. Gut, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in den Kommentaren oder auf Twitter, ne. Und, ja, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.